hier ist auch wieder aufgeschüttet sieht man hier ist normaler weg hier ist dann wieder aufgeschüttet kann man sehen wenn ich jetzt hier hochgehe hier oben sind ja auch viele hochsitze die nachbar luna hat jetzt irgendwas hier entdeckt oder irgendwas geschnüffelt ich will gehen sehr mysteriös also los zu hören ist auch das sieht man das wieder hier da gibt es unterschiede gut ich weiß nicht ob man das auf der kamera kennt aber sowas bräuchte ich meine bessere kamera das besser auffangt wobei die englischung gut ist ja hier hat irgendeiner sein misst hingeschmissen man sich doch gerade richtig da geht ein eisen da geht ein extrem großer weisen träger aus das ist nicht luna luna komm her jetzt hier das sieht aus dass jetzt also bier sich einen unterstand gebaut hätte wie so ein hausen hier drauf gelegt das richtig verbogen sieht man wieder hier wie hoch wir hier gekraxelt sind oder wie weit runter es geht hier so den ganzen berg das ist sehr mysteriös die dose liegt auch hier schon ein paar da verrostet stellen wir mal hier als symbolischen wert hier hin das ist aber sehr komisch hier wieso hat hier einer unterstand sehr komisch da ist wieder moos wo moos ist es meistens wieder also der eisenträger hat also das ding ist ja was wird das auch hier gewesen sein sind das sieht nicht aus wie eine bahnschiene hier sind wieder hier die ganzen steine hier ja ja was ausgang notausgang vielleicht von drüben oder was weiß ich hier sind doch doch die sogar verarbeitet worden hier die wachsen ja nun nicht im wald nein diese eisenträger hier auch nicht noch irgendwo so ein ding hier ein bisschen komisch sehr komisch ja na gut oder hoch kraxeln ja dann geht es auch wieder ziemlich tief runter wo ich den stein jetzt rausgenommen habe das ist fest hier jetzt mal irgendeiner was geboren ist eine bohrung bestimmt zum sprengen oder so das ist alles die kleinen bäumchen da drüben der letzte baum der da ist da hinten ein bisschen der ein bisschen dick ist der einzige die anderen sind alle wieder so solche dinge hier ist sich aufgeschüttet denn aus bäumchen hier wieder so eine coole sehr komisch ja na gut ich habe das jetzt schon vor allem hier hügel 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 geht es hier weiter hier wieder ein hügel da wieder ein hügel da hinten noch ein hügel also da hinten hier so wo mein finger hin zeigt komisch 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 oh ja der wohl herkommt das hat wahrscheinlich weil das eh bloß das empfangs netz hat denke ich mal so hier ist jetzt wieder nicht hier sieht man wieder da hinten geht eine coole runter und hier sieht man da unterschied wo ich der so ist das wieder was meine hügel 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 naja ich mit meinen hügel hier also ich meine hügel mit tippen aber das ist noch ein paar tage hier auf der suche nach dosen fand die neue episode 1 bis folge 100 folge 100 wir haben immer noch nicht gefunden das ist alles normalerweise müsste das ja alles eigentlich zugewachsen sein wie sonst was ist es aber nicht komisch komisch das ist noch ein paar hügel kommen Vielen Dank.